so guten morgen leute spazepubi ist im moment aufgewacht wie ihr seht und wir haben ein paket bekommen deswegen bin ich auch außer puste weil ich musste ja darunter laufen so darf ich das aufmachen nachricht an alle deutschen wenn ihr in galicien seid und ihr habt kein sahne meretisch dann kauf bei supermercates costa branca vamos da gibt es die ganze deutsche kamera ein bisschen weiter weg ich bin voll außer puste aber ihr kennt es sicherlich man muss ja immer so ein paket erst mal aufreißen da hat sich was anderes gar keine zeit also wir finden aufbackbrötchen deutsche die sind die gesunden sind für einen armen dieser sind für mich deswegen hat es für mich auch zwei wie ihr seht und guck mal wir haben auch zwiebelringe gekauft ja das waren versehen nein war's nicht okay dann kann ich ja beide packungen haben wenn du sie nicht willst nee nee doch ich sehe schon semmelknödel tomatenmark hinter tomatenmark deutsches tomatenmark aus dem hause edk gell dann bauznersen jetzt musst du auf 60 bauznersen bauznersen für das sind plastik für eiersalat hatten die nicht doch alles plaste super oh mein gott pack mal die brötchen da aus die stören nur die nächste darmspülung ist auch schon vorbereitet meine lieben zweimal sauerkraut saft bio versteht sich von edeka mit meersalz und dem lustigen panda bär ich dachte und dem lustigen glückshasen nein kein glückshase guck mal dies leider kaputt gegangen obwohl sie ist nur verdäht nicht kaputt sonst scheiß brauchen wir ab und zu auch mal jägersauce haben wir jetzt bestimmt 50 mal genauso wie hier ist der meerrettich da gibt es den nächsten tafelspitz natürlich von chamel und zwar den schafen nix hier mit sahne geschnütter wenn dann richtig von coco chamel so jetzt bin ich gespannt was da drin ist ach ja da habe ich versehentlich drauf gedrückt dass die mit ankam eine knoblauchsoße so etwas überflüssiges und leckeres lecker 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 da konnte ich nicht anders da habe ich mit absicht drauf gedrückt habe es mir aber noch ewig überlegt weißwürste aus der dose wie sie schmecken werden ich lasse es euch wissen und natürlich auch noch für die nerven ganz wichtig da 500 gramm geriebenen käse drüber ab in die mikrowelle fantastisch kinder noch mehr noch mehr das hier ist das da bring mal die semmelkne und das ist halt ich habe zwei hände und das gibt es jetzt demnächst mit im kino entweder der betenbombe da wollten wir salzkartoffeln dazu machen aber da fällt uns schon was ein kinder in diesem sinne schönen tag groß gelinge